Dann nehme ich nämlich eine Nerd-Brille. Oh Gott. Hier war nämlich eine Nerd-Brille drin. Und eine ist noch drin. Na dann gucken wir jetzt mal. Wir machen erstmal. Kettensäge ist... Oh mein Gott. 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 Sammelwerkzeug. Kann man das tauschen? Wieso sind sie... Wieso ist das Ding so schnell leer? Okay, pass auf. Jetzt fangen wir an. Verändern auf jeden Fall. Oh Gott. Scheiße. Aua. Und dann nochmal Munitioner. Und ein Dehn. 9 Millimeter. Weg und Magnum. Weg. Ich mach das wie ich's auch bei mir mache. Erstmal alles raus. Und dann nehm ich das raus, was ich brauche. Und den. Pfeile. Genau. Wieder eine Taschenmark. Die Witzkauer hier eine Party legt mir am Arsch. Was ist das denn? Achso. Nehmen wir dich. Wir wollen wir nehmen als erstes mal. Du hast noch einiges an... Höschen. Dich. 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 Ich würde jetzt 600 Schuss... Und Dich. Ich würde für den mitbringen. Ah, hier ist... Ich hab noch was für dich. Oh, jawoll. Weil brauche ich bei mir nicht. Oh, geil. Dankeschön. Die nehm ich mit Kusshand. Ja, da reicht eh mal. Wird ich jetzt vielleicht so lassen, oder? Jetzt ist mein Inventarfall. Äh. Warte. Halt. Jetzt sind wir wieder raus. Wir brauchen hier auch Platz. Ja, da brauchen wir auch nicht. Perfekt. So, jetzt. Hier fehlt halt leider noch was, ne? Das ist nämlich was, was du lernen kannst. Oh, ja. Wir haben hier einen reintun können. Oh, ja. Ah, hier haben wir einen Schalldämpferbauplan. Ja, sehr schön. Ganz cool. Ich bring dann mit. Ja, ich weiß nicht. Da haben wir das, das und das. Wo Worte essen. Trinken hier essen. Was sagt deine Lootstage, Julian? Meine? Warte, muss ich gucken. Beutestadium. Ja. Beutestadium 322. 13 Schuss. Ich will mal kurz was wissen. Welches Level bist denn du jetzt mittlerweile? Äh, warte, warte, warte. Ich bin Level 51. 51. Da hast du ja schon wieder krass ausgeholt, ne? Wie würde ich reinpassen. Okay, gut, da haben wir das schon mal geklärt. Ein paar Level habe ich heute gemacht. Ja. Weil gestern waren wir ja noch so viel, so viel gar nicht unterschiedlich, ne? Ja, das stimmt. Das waren wir, warte, wer bist du? Oh, tatsächlich, ja. 39 bin ich. Oh, toll. Gerade, wo du fertig bist, schau ich drauf. Läuft. So, erstmal hier zum Brunnen gehen und nicht mehr. Ja, sauf. Sauf dich mal. Ja, ich mach mal jetzt einen Wasserbauch. Mach mal. Ihr Bauch ist aber schöner. Wer kann ich nicht schleppen. Den hab ich doch schon. Den hab ich schon. Okay, ich muss aussortieren. Gut, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich lese mal den Bauplan für den Falldämpfer. Ich brauch Platz. Ist ja egal, wer den macht. Ja. Es sind dann genug da. Das kann man stacken. Ich weiß gar nicht, nützt noch jemand anderes außer mir, den Brunnen? Nee, nicht? Ja, wir pinken rein. Ach so, geil. Jawoll. Geil. Da kann ich spinnen. Du hast gesagt, du bringst Quanta. In Wirklichkeit, du hast Pipi. Ja, ich wusste, dass das Wasser ein bisschen dreckig ist, aber... Gut, alles. Ah, nee, Magno-Munition will ich mitholen. Auf jeden Fall. Das ist okay. Ich habe eine Gehirnerschütterung echt jetzt. Du willst mich doch verarschen. Benzin, 75 Prozent. Was hast du? Na dann, gib uns mal von ihr. Hast du noch Platz? Das ist ein Redbook, Kids. Äh, ein Ding habe ich noch Platz. Ich kann aber theoretisch noch aussortieren. Das dürfte reichen, so. Oh, Alter, ich liebe dich. Junge, du machst mich heute mehr als glücklich. Aber nicht, dass du einen Orgasmus kriegst. Ja, heute, also da tattest du so ein bisschen Weg dazu. Ja, auf jeden Fall. Weil ich heute eigentlich schon vom Tattox kritt habe. Das ist abartig. Jetzt finde ich mein Theater. Äh, gibt es da eigentlich einen Weg zu euch oder einfach nur querfeld ein? Warte mal, ich bist mal ganz kurz. Ich habe auch noch was für dich. Blickmord. Passt du noch nicht fertig mit der Medition hier, ne? Ne, 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 klar. Da kommt irgendwas. Ich bin mir nur jetzt, äh, meinen, äh, ich benutze jetzt den, das warte, du mal gehen. Ja, schön, mir nicht. Oh, danke. Äh, warte. Kannst du das nicht lesen, oder nicht? Kann ich, äh, ich kann, ich muss zuerst aufnehmen. Warte. Ich nehme es auf. So, ich lese direkt. Benutzen. Dankeschön. Das mit den Loot haut er wirklich nicht mehr hin, oder? Irgendwas ist da. Ich geh 100 Meter von uns entfernt. Da ist hier so, wo hier so Polizeiautos steht, dann so Armee-LKWs. Ich geh da rein, da ist eine Maräte Stufe 6 drin. Und ein Stahlbrustpanzer Stufe 6. Das haut nicht hin. Irgendwas ist im Loot verrutscht. Was hast du von einer Loot-Stage im grünen Gebiet? Keine Ahnung, wo sehe ich das? Spielstadion oder was? Nee, du gehst auf B, drück mal B. Und dann hast du ja oben, das ist ja jetzt dein Charakter und dann... B ist bei mir, hab ich umgeändert, da geh ich auf meinen Charakter. Du gehst auf deinen Charakter. Und dann hast du ja dieses Diagramm oben. Grundcharakterwerte oder was? Genau. Oh, geil, Schmerzmittel. Ein Beutestadion, meinst du? Ja, genau. 97. Du hast ein Beutestadion von 97. Du findest so krasse Sachen. Das stimmt aber nicht. Ja, stimmt. Ich hab auch den gleichen Beutestadion. Ja, stimmt irgendwann nicht. Und das ist ein grünes Gebiet jetzt. Jetzt hab ich ein Beutestadion von... 165. Und bin aber im Wasteland. Guck dir mal, wenn du auf Spieler gehst, ne? Wenn du auf Spieler gehst. Der vergleicht alleine zwischen... zwischen Erdmännchen und mir. Was das Spielstadium angeht nur. Und wir sind beide im Wasteland. Erdmännchen hat ein Spielstadium von 122, Schrift von 199. Nein, von 250. Ich hab 288 bei dir. Du wirst mir angezeigt. Zadogs mit 144, Erdmännchen mit 122, Schufner mit 93, ich mit 110, Tamara mit 74. Ich hab 367 auf Level 60. Erdmännchen ist Stufe 51, hat 250. Der David hat... Spielstadium steht bei mir 144. Irgendwas falsch. Der David hat Spielstadium 110. Bei Zadogs... Bei mir 288. Bei Erdmännchen 122. Bei Scheinux 110. Tamara 74. Und bei mir 199. Also ich hab das höchste Spielstadium. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich hab keine Ahnung, was nicht stimmt. Das kann wirklich nicht sein, weil... Weil alles, was wir gerade finden, ist alles nur noch Stufe 6. Ich... Ich mach grad mal ein Foto. Mach ich auch gerade. Lade ich gerade eine Gruppe hoch. Ja, ich glaub mit euch, was da sagen. Das ist bei mir. Wie gesagt, ich hab bei mir. Ich bin 110, Zadogs 144. Erdmännchen 122, Schufner 93, Tamara 74. Spielstadium. Muss ja das sein, ne? Kannst du mir das angucken? Ja, das wird schon das sein. Los geht's. Ja. Wollen wir denn die... Also ich glaub, ich bin im Waysland, ne? Du siehst, kann man 4% Haltbarkeit nicht versuchen. Ja, da steht irgendwas vorne und hinten nicht. Absolut. Wie willst du denn mit 328 Gegner-Kills eine Spielstabe von 199 haben? Das hat mich gestern schon gewundert. Dass wir so übelse Gegner hoch hatten, ne? Ja, stimmt. Hat sich da irgendwas verstellt? Vielleicht bei den Servereinstellungen? Nach dem letzten... Ich kann mal gucken. Aber ich... Also ich hab gar nichts geändert. Aber ich kann mal gucken, ob sich irgendwas verstellt hat von den Einstellungen, wo ich vorgenommen hab. Also ich bin jetzt noch einen Kilometer von euch entfernt. Komm jetzt erstmal zu euch. Weil ich stehe mitten im Waysland. Ja, wir sind mitten in einer 6er-Quest, ne? Also ihr könnt... Ja, ist ja okay. Ich weiß nicht, ob das mit einer Schrotflinte so eine gute Idee ist. Sag ich dir so, wie das... Ja, doch. Das ist eine automatische Schrotflinte. Ich bin mal trotzdem... Hey, da muss ich uns abends recht gehen, wenn ich ehrlich bin. Ne, ist also... So weit ist alles ingestellt, wie ich es ingestellt hatte. Also ist da nichts verändert. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Das ist ja egal. Dann hab ich aber trotzdem mal die Erfahrung von einer 6er-Quest gemacht. Ja, ich mach grad wieder die typische Erfahrung. Oh mein Gott, wer sind sie denn? Naja, das ist alles so ingestellt, wie ich es ingestellt hatte. Das ist ja eine Mitzwohnung. Gut, wir sind dann hier noch leid. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, der, was da gerade kam, war schon... Ui. Wie gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Wo habt ihr denn eure Motorräder? Ich hab kein Motorrad. Äh, ich hab mein Motorrad irgendwo vorne. Hier. Oh, Kopf weggebollert. Ach, hier ist ein Bär. Oh, ein Bär ist gut. Aber es sah halt auch wirklich komisch, gell. Nee, ist sehr hoch. Von jetzt auf gleich ist so extrem, ne? Ja, sei denn vorhin war mit diesen Viechern. Da fing er plötzlich an. Ja, da kam auf jemanden... Aber jetzt hauen ja die Viecher wieder hin, aber das mit dem Loot ist trotzdem... Ich meine auch selbst, was ja alleine schon Tamara hier in dem grünen Gebiet gefunden hat, das ist ja schon... Ihr seid jetzt hier oben, ne? Wir sind hier oben. Ja, wir suchen Gegner. Ja. Ja, hier vorne war ein Bär. Wo? Äh, Straße entlang, warte. Noch nicht fertig mit der Quest, ne? Nee, gut, ich kann ihn jetzt eh nicht holen, ist egal, wo er ist. Da kannst du dich hier hochbauen? Bin schon dabei. Aber warte, ich kann dir Blöcke geben? Ja, ich hab... Ich hab mir gerade... Okay. ... einen Baum geholt. Okay, es wird aber auch nirgendwo was angezeigt, hier, ne? Lüder. Hier wird wieder geschrien ohne Ende. Kann das sein, dass das mit dieser Sprint-Mod hier für das Motorrad oder für das Fahrzeug, damit du da irgendwie viel mehr wackeln tust? Kann das irgendwie sein? Ah, da oben ist noch einer. Also, ich hab irgendwie das Gefühl, damit du jetzt viel mehr von links in den Rest schwenken tust. Ja, ich hab hier auch noch eine Tür, die zu ist, die reiß ich mal auf hier, vielleicht kommt dahinter was. Ne, wo ist das? Nein, ich hab jetzt... Ich hab jetzt 7, 6, 2 und normale Pistolen-Munition, 9 Millimeter in dem Polizeiauto, jeweils 110, waren es, glaube ich, oder 100 Stück gerade eben gefunden. Okay. Das ist doch krass übertrieben irgendwie. Ah, da ist er. Das ist der Teddybär. So, wo seid ihr jetzt? Ich hab die Tür aufgerissen, ich bin wieder am Zellenblock. Ich weiß nicht, welcher Zellenblock das ist. Also, ich bin Block A. Also, ich kenn mich hier überhaupt nicht. Also, ich bin jetzt da, wo ihr vor uns gerade seid. Gewesen worden. Oben auf dem. Warte mal. Ah, da hinten ist irgendeiner. Ah, das hat Zartox. Oh Gott! Die sind hier... Da hinten, da hinten sind einige. Hab ich gerade gesehen. Also, bei uns ist Party. Ja, ich seh's gerade. Aber ehe ich hier reinkommen. Alter, Zehntausender. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das am Lacken, Alter? Das ist wirklich... Also, irgendwas haut ihr doch wirklich irgendwo nicht hin, oder? Kann doch nur sein, dass wir jetzt instan so viel Zeugs finden. Musst nachladen. Oben ist noch einer. Der kommt jetzt runter. Alter, auf, verpisst dich. Lass uns Ruhe. Junge, da ist ja eine Horde nach dem Witz gegen. Das ist echt so. Ei, der wird's gar... Leck mich am Arsch, ey. Wenn darf. Das ist gut. Also, siehst du ja, was hier liegen tut. Ja, ich hab ja schon von außen mit drauf reingeschossen. Okay. Okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Guck mal, da krabbelt noch was. Ich bin schon immer infiziert mit dem Kopfschmerzen und alles Mögliche. Ich hab doch auch irgendeine gebrochen... Ja, aber nur ein Verschauffesbein. Warte, was gebrochen ist? Ich handel... Nee, Verschauffe. Ach, verstaubt. Ach, gar die Grosch. Boah, wo ist die Spinne? Ich muss ja dem... Oh. Die Lautstärke mal ein bisschen anpassen. Die sind immer so laut oder so leise. Warte mal, ich handel auch Dingsbums dabei. Ja. Hast du, äh... Hast du... Dingskasten? Verbandskasten. Hab ich gefunden unterwegs. Nee, nee. Äh, Steroide. Äh, Steroide brauch ich nicht, aber hab ich auch nicht dabei. Nee. Oh, danke. Brauch ich nur noch Schmerztabletten für meinen Kopfschmerzen. Hab ich keine Hand genommen. Ja, ich helfe Ihnen, Madame. Weg damit. Ja. Deswegen liebe ich die Schruzflinte. Auf kurzer Distanz ist die halt geil. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier vorne rein, denke ich. Herrlich. Ja, hast du den normalen Weg genommen, oder? Äh, teils, teils. Ja, das ist nämlich immer das Problem. Wenn du da... Also, ich buddel mich sehr gerne durch Wände, muss ich sagen. Ja. Okay, hier kommen wir raus, aber das ist egal. Hier ist der Truck. Ja, muss nicht sein. Wir müssen die Treppe... Nee, guck mal, hier kommt es in den Innenhof. Ja, da waren wir schon. Ah, hier war der schon. Warte, ich muss mal eben was essen. Wir müssen hier die Treppen runter, wahrscheinlich. Ah, hier klappt jemand. Ein bisschen Futter, da. Braucht jemand Vitamine? Hab stattgefunden. Vitamine haben ich auch dabei. So, ich geh da mal hier runter, ne? Wo? Ja, hier ist Action. Ah, ja, hier. Komm her. Schau. Hab doch mal die Fresse, Mensch. Ich sag mal so, da brauchen wir ja fast gar keine Munition... Äh, keine... Alter, was ist denn hier los? Da brauchen wir ja hier fast überhaupt keine Munition mehr machen, wenn du so guten Loot kriegst. Also, das ist schon... Oh, Mayday! Alter, Futter! Äh, ich hab kein Verbrannszeug mitgenommen, ich voll Idiot. Äh, läuft bei dir. Oh, ey, die waren auf einmal da. Die waren... Am Anfang war die noch nicht da. Hast du ja lang ausgeheilt. Sorry. Das lag aber jetzt auch nur daran, dass ich kein Verbrannszeug mitgenommen hab. Ich voll Idiot. Hm. Schmelztiegel. Sag ich nicht, ne? Ich sag jetzt bei meinem Rucksack, weil... Ja, Erdbauerstufe 6 hab ich jetzt auch gerade gefunden. Nee. Äh, hat jemand... Hat er hier draußen... Hier draußen ist ja Action. Okay, ich hab'n 8. Nur draufsteig, das ist bloß'n 4er. Wo bin ich denn rein? Ja, du mich auch. Lass mich in Ruhe. Junge, nehmt ihr hier eigentlich auch noch mein Ende? Hab keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Oh, ne Wattmaschine. Ja, krass. Okay. Was bist du jetzt? Oh Gott, ne Schreie aus ihm. Ach, verdammt. Oh Gott. Ja. Die ist aber draußen. Ach, nur weil ich geguckt hab, ist das... Hab' das noch einer. Oh, du bist sofort dran, mein Freund. Okay. Boah, ich komm hier schon wieder nicht durch, diese Drecksviecher, ey. Da leuchtet noch eher noch. Keine Ahnung. Ach, das ist alleine auf. Ey, das ist wieder morgens. Ey, warte mal, hier vorne ist der letzte. Der letzte Abschnitt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich häng's stuck irgendwo hier. Ach so, an dir häng ich's stuck. Kann ich rauskommen. Ach, weil ich vor uns hier rund... Ah, da oben ist noch... Ich seh noch einen Punkt. Hm. Na ja, ne, jetzt einfach diesen Kackviechern. Ah, da hin, ja. Ich würde sagen, wenn wir jetzt früh haben... Hallo. Ah, wahrscheinlich so ein Turm draußen. Ach, komm schon. Wo ist... Wo ist denn... Ach, hier... Nee, hier bin ich. Aber hier ist keiner. Piss dich doch, Mensch. Lass mich doch mal zu meinem Rucksack, du scheiß Freierin. Hier ist doch keiner. Na, was ist denn das für ein Scheiß? Willst du mich verarschen? Hier hinten ist alles voll. Warte mal. Äh, bei dir. Oh, hups, soll an. Ich finde den Beten das eine verwirrter als der andere. Herrlich. Alter, hier hinten war ein Zwischreier. Angeblich ist oben hier. Angst, die haben Spaß. Auf jeden Fall. Alter, war die Gosch da draußen. Hallo, Big Mama. Ah, haben wir wieder kein Beten in Erstecken. Ach, der ist weit. Hier. Sagst du einfach mal was in? Vielleicht. Wieso ist das Ding wieder nicht nachgeladen? Ah, jetzt. Wir halten das drauf. Wir halten das drauf. Okay. Alter. Uh. Das Ding, Alter, das geht ja voll ab hier. Das heizt ja gleich los. Abgeschlossen. Geil. Es hat genau gepasst. Ich habe genau meinen letzten Schuss für den letzten Zombie hergegeben. Also, ich habe noch was für dich, Hovner. Ach, ist das nice. Ja, jetzt habe ich wieder 200 Schuss. Guck mal, der winkt sogar. Der hat seinem Abschied gewunken noch. Der Grüne. Draußen sind es wieder drei Schreier. Ja, hier hinten ist auch schon mal ein bisschen Party. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, hier ist richtig Party, Junge. Hier ist eine Gisela tot. Wir müssen die Scheißschreier beseitigen. Ja, drei sind schon weg. Ja, ich habe schon acht Ähne weg. Ich würde sagen, wir machen gleich zurück in the base. Machen uns nackt. Oh mein Gott, Leute. Das ist hier ja nicht cool. Äh, kommen wir zu uns, oder? Anschließend. Oder geht das? Oh mein Gott. 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 Junge. Das ist ja mal eine Anlänge und so. Warte, ich komme mal zu dir. Ja. Puh, ich lebe. Äh, du bist unten hergegangen, oder? Alter, ist das schnell so ein Torrad jetzt? Mit diesen, mit diesen Sachen, die wir haben. Ja, aber unten mal eben, wo die ganz viele Party war. Äh, keine Ahnung. Ich darf nur sagen, ich habe hier draußen die Gisela getötet und noch drei Zombies. Da kommt auch einer. Warte, ich spare mich mal hier durch. Oh, ich habe was ganz seltenes gefunden. Stahlknüppel Stufe 6. Wow. Gisela habe ich auch wieder. Okay, die landen wir doch auch gleich. Pist dich doch, mein ich. Kriegst du mal Hammer auf den Kopf? Ja, mach mal nicht. Also, bei mir ist es ziemlich ruhig gerade. Ich bin draußen. Ja, mir sind acht draußen. Auf welcher Seite? Äh, wir sind an unseren Fahrzeugen. Äh, das ist genau auf der anderen Seite, wo ich eben bei dir war. Ja, schön. Äh, du kannst aber ganz einfach hinkommen. Äh, einfach in die Richtung kommen, wo wir stehen. Ich habe mich hier durchgebuddelt. Also, möchte ich da eigentlich ziemlich einfach bald zu uns kommen können. Oh Gott. Okay, warte, das gebe ich mal auf jeden Fall. Mach hier noch irgendwas drin, was wir gleich... Nochmal. Ja. Ist ja gut. Er hat ihr im Maul zu heilen. Ja, 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 nicht durchgebudelt. Man kommt ja ganz so schnell zum Kippen hier. Äh, mein Motorrad kannst du auch noch voll beladen, wenn du willst. Welches ist denn das? Das lehnt alle. Ja, du bist lustig. Sorry, hier, das. Warte, 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 warte. Habe ich eine andere Frage? Ja. Na, komm, was. Oh, ich kann auch... Alter, ich bin doch gut ordentlich leer gehen jetzt. Kann man doch irgendwas lesen? Hat... Äh, du kannst... Mein Motorrad... Warte mal, ist das aufgeschlossen? Ja. Mein Motorrad ist komplett leer. Kannst du reinhauen. Ja, ich habe schon alles. Es muss, auf jeden Fall, alles losgeworden. Der Bandchen. Geil. Hat jemand, äh, einen Verband? Äh, ich habe einen Verband. Scheiße, Scheiße, Kasten, äh, Verbandskasten kann ich da gehen, wenn du möchtest. Alter, das nebel hier schon wieder, ey. 30. Wo, hui? Wegen 30, 11. Verbandskasten. Ah, äh, ich kann nach in... Warte. Warte. So, bitteschön. Ja, das meine ich doch. Erste Hilfeaufwand. Ich sehe... Ei, Terror, das nebel hier. Ich sehe schon wieder gar nichts. Ah, da war schon Action jetzt, äh. Ja. Och, Junge. Geh mal nicht auf den Piss. Gut, fahr mal. Ich weiß, das war Schändung. Ja. Auf zum Händler. Ich freue mich, die Quest abzugeben. Das glaube ich dir, weil da kriegst du jetzt eine fette EP. EPs sind immer gut. Ach, der ist mit dem Auto echt schnell, oder? Ja. Ja, wir brauchen fast ingame ne Stunde fast warten. Öffne, wir wollen rein. Mal anklippen. Ja, vielleicht lächst du dich hören. Ja, schau mal gucken. Warte mal, die brauch ich ja auch nicht mehr. Die kam direkt auf mich zu. Naja. Kisela. Ich weiß nicht, ob die so heißt. Die Scheierin oder was? Wenn du weniger wirst, ist es Kisela. Nö, nö. Äh, sind noch im Zeitdok seinem Auto sind noch, äh, 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 für Vorschlaghammer-Zeitung und fünf Stück. Ja, aber wie gesagt, es macht ja mittlerweile, macht es ja eigentlich gar keinen Sinn mehr, das Zeug zu lesen. Wenn du noch nicht beubelst. Ja, nee, aber, äh, 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 mir ist es egal. Wir finden, wir finden, wir finden ja sechster Hammer, das ist es ja das Krasse, ne? Mittlerweile hat er ja wahrscheinlich jeder einen 6er Vorschlaghammer Ich spiel so ein Kram nicht Ich hab bloß einen 4er Ich nehm halt so einen Hammer auch bloß eigentlich um Türen und sowas zu öffnen Ich hab auch noch was für dich Hofner Ich liebe den als 800 Braucht noch jemand Hab schon 150 mitgenommen Halt Ich hab doch noch Seh ich gerade So Was ist das? Leer Das ist das Ja das Es ist leer ja Ein M60 Ja eine M60 mit 150 Schuss macht ja auch keinen Sinn ne? Ne absolut nicht Ich hab klar wie ich Wie viel Schuss hab ich eben mit Guldnummer? Über 1000 Hast du gar nichts mehr oder was? Ist komplett leer Der letzte Schuss ist bei dem letzten Zombie der Quest Äh Danke Aber ich finde das M60 finde ich gar nicht so gut Ich finde die davor Das finde ich besser Die taktische Sturmgewehr Ja 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 taktische Sturmgewehr Stufe 5 kann ich erst dann Und Maschinen M60 kann ich auf Stufe 1 erst machen Warum sind denn hier keine Zombies? Was ist hier los? Oh ne MP5 kann ich schon auf Stufe 3 machen Zwo Hefte dann kann ich Stufe 4 Oh das ist geil Warte mal Ja Was brauchst du da für Hefte? Ähm Ich geh ins Bett Es ist gleich 2 Ja Spaß gut Viel Spaß Obviously bis jetzt Bis jetzt bis jetzt